ich mach dir alle nackt bis zu drauf irgendwo ein Sniper da kommt Tank feindlicher Panzer nähert sich ja der feindliche Panzer ich hab ja auch Raketen sehe ich grad ich bin ein Luke feindliche Infanterien lokalisiert wir fahren noch schön in mir vorbei feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele feindlicher Panzer! feindlicher Panzer! komm nice der war im Arsch feindliche Truppen kontrollieren den Großteil der Sektoren rufen den trotzdem mit Rücken ich spreche übel viele weg schießt er auf mich blöde Steeren ich habe Vorräte gefunden echt wer sind die denn? ich stehe die ganze Zeit wo sind die denn? an der gleichen stelle macht ihr einfach fertig und die kriegst nicht geschissen komm Wir müssen uns zurückholen. Wir müssen uns zurückholen. Wir müssen zurückholen. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Wir müssen zurückholen. Wir müssen zurückholen. Wow, ein Down. Du bist ein Downy, das stimmt. Ich bin ein Downy. Wir müssen zurückholen. 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 Alter, wie das Ding verreißt, oh ne! Hat denn der gar keine Muskeln, der Typ? Da muss doch gekniffte Krager halten. Du ein Ficker! Weggebasht, Junge! Ich habe gar keinen Plan, was ich hier mache. Ah! Ich habe mich nachgeladen! Ach komm, hör doch auf, Junge! Scheiße! Äh, das Gute kann ich noch nicht wiederbeleben anfordern? Ne, ich will doch... Ich will doch nur neu starten. Tee-Kessel spürt das auch, ne? Ja, Tee-Kessel. Die rüber. Kann man denn einzeln? Ach ja. So. So, stand. Boom, Junge! Da habe ich mal den Heli down gemacht. Ha! Ah! What the fuck, ey! Der Heli kann ja gar nix! Wo ist der denn? Ziel geortet! Es kann losgehen! Wir überwachen eure Fortschritte, No-Pads! Nimmt das Ziel ein und gewährt dem Feind kein Pardon! Nö! Oh shit! Sektor Bravo wurde vom Gegner eingenommen! Wir haben nicht mehr viel, womit wir kämpfen können! Ein letzter Vorstoß! Wir müssen endlich Sektoren sichern! Feind hat Mehrheitskontrolle! Oh ja. Ich hab ihn! Ich hab' noch ein bisschen Kopfhörer! Hm! Ich hab' noch gar nicht von wo die Gegners kommen! Ich hab' noch gar nicht von wo die Gegners kommen! Ich hab' noch gar nicht von seinen Lきросzen abgeführt! Ich hab' noch gar nicht von denen gegangen! Ich hab' noch gar nicht von dir! Ah, nein! Der Feind ist in der Defensive, jetzt nur nicht nachlassen. Hach, Noob! Oh, da ist ein Panzer. Oh, scheiße! Au! Oh! No, ich hab noch geteilt. Ich hab noch geteilt. Die Russen greifen eines unserer Ziele. Raus und weg ballern die Wichser. Die Ressourcen werden knapp. Hier ist noch ein Tank. Wenn wir die Kontrolle behalten, können wir die Russen schlagen! Ich freu mich schon auf meine Grafikkarte, Leo, du kannst es mit der Stelle. Auch das glaube ich dir. Ich spiele mit 53 FPS auf niedrigsten Einstellungen, ey! Ei, 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 ei! Wieso ist das denn überhaupt mal spielst, wundert mich ja! . Ha ha ha! Gleich ist der Tank leer. Ja! Yes! Wir haben gewonnen! Ich habe nichts dazu beigetragen. Hat er 5-0 geschossen. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? Gibt es eine Kill-Anzeige? Oh, ich habe in der Lade, im Lade-Skill habe ich 260 FPS. Geil! So, wie lange lebt das denn hier? Komm, wir wissen, wie ich Punkte schaffe. So, ich... Oh, nein! Ja! Maria Falk meldet sich zum Dienst. Ja, ich mache. Okay, ist dann nichts dabei. Oder kann man das sehen, was ich ja geschafft habe? Okay. Ja! 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 Ja!